Guten Abend meine Damen und Herren, ich bin Flix Baxter mit Broken News und wir unterbrechen das aktuelle Programm mit einer Sondermeldung. Dem Vernehmen nach wurde in der Nacht auf den 4. Dezember erneut ein junges deutsches Schaf gerissen. Hier geschah es. Nur wenige Stunden später ist nichts mehr von der brutalen Tat zu sehen. In den frühen Morgenstunden sollen sich hier mehrere bis an die Zähne bewaffnete Wölfe einer Gruppe von minderjährigen jungen weiblichen Schafen genährt haben. Kurz darauf löste sich ein Wolf aus der Gruppe und tötete ein Schaf mit einem gezielten Biss. Der Respekt vor den Opfern dieser traurigen Tat verbietet frühe Spekulationen. Über den Täter ist noch nichts bekannt. Aus Polizeikreisen hört man allerdings, dass es sich bei ihm möglicherweise um einen jungen, männlichen Wolf mit Migrationshintergrund handeln könnte. Entrüstung und Ärger bei den anderen Tieren. Mit dieser Meinung steht der Bock nicht alleine da. Besorgte Bürger kritisieren schon seit Monaten die unkontrollierte Wolfs-Migration. Insbesondere der hohe Anteil junger, unbegleiteter, männlicher Wölfe sei gefährlich für die deutsche Kultur. Immer wieder ist in diesem Zusammenhang von einer über Wolfung Deutschlands, einer Wolfisierung des Abendlandes die Rede. Studien zeigen zudem, dass bei dem friedlichen Zusammenleben zwischen Schaf und Wolf längst nicht alles glatt läuft. Gerade die Integration gibt hier ein erschreckendes Bild ab. Kulturell bedingt leben die meisten Wölfe in regelrechten Parallelgesellschaften und rotten sich für ihre Angriffe gezielt zu einem Wolfs-Mob zusammen. Dabei treten nahezu alle Wölfe vollverschleiert in dem für sie typischen Pelzgewand, dem sogenannten Fell, auf. Der Wille, sich zu integrieren, ist bei den meisten Wölfen schlichtweg nicht erkennbar. So weigern sich selbst Wölfe, die bereits seit Generationen in Deutschland leben, inständig die deutsche Sprache zu erlernen und kommunizieren fast schon provokativ, weiterhin nur mit Bällen und Gejaule. Doch wie genau äußert sich die Wolfisierung? Nun, es häufen sich Berichte aus Dörfern, die verstören. Sie behaupten, die Wölfe würden den dort lebenden Menschen regelrecht aufzwängen, den Kopf bei Vollmond zum Himmel zu recken und laut aufzuheulen oder im Alltag nur noch auf allen Vieren zu laufen. Auch in seiner Ernährung hat der Wolf immer wieder Anpassungsschwierigkeiten. Angesichts der gerissenen Schafe fordern Experten eine Reformierung seiner Ernährung hin zum Vegetarismus, um die festgefahrene Situation zu deeskalieren. Damit könnte der Wolf einen Schritt auf den Menschen zugehen, der auf den Fleischkonsum angewiesen ist und dort in einer evolutionären Entwicklung seine ökologische Nische gefunden hat. Um es auf den Punkt zu bringen, der Wolf soll aufhören, Schafe zu reißen, damit wir Menschen sie reißen können. Stattdessen werden wir also weiterhin mit Bildern der Scheußigkeit konfrontiert. Bildern wie jenen vom heutigen Morgen. Experten sprechen bei der Gräueltat aber von einem Einzelfall und warnen vor Überdramatisierung. Hier muss ganz klar unterschieden werden zwischen Panikmacher auf der einen und der Verhältnismäßigkeit auf der anderen Seite. 2016 fielen dem Wolf etwa 1.100 Nutztiere zum Opfer, darunter zum größten Teil Schafe. In Deutschland werden etwa 1,6 Millionen Schafe gehalten und das hat zur Folge, dass nur 0,6 Prozent wirklich durch den Wolf gerissen werden. Nicht alle sehen das so. Aus dem politischen Berlin wurden Forderungen nach einem härteren Umgang, insbesondere mit Problemwölfen laut. Wir können, nein, wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Kinder, unsere Väter und unsere Mütter sich nachts nicht mehr auf die Straße trauen. Die Wölfe müssen mit ihrem Problem, wenn sie sich nicht anpassen, dahin, wo sie hingehören. Und das ist der Wald, meine Freundinnen und Freunde, das ist der Wald und sie werden dahin zurückgehen. Andere wiederum betonen ihre Solidarität mit den Hunden, die sich schon vor langer Zeit vom radikalen Folfismus abgewendet und in die Gesellschaft eingegliedert haben. Und jetzt höre ich gerade, wir haben aktuelle Informationen, offensichtlich gibt es einen Bekennerschreiben. Demnach bekennt sich der wolfische Staat, der sogenannte W.S., zu dieser Gräueltat. In jedem Fall werden wir von Broken News, sie natürlich über jede aktuelle Entwicklung auf dem Laufenden halten, jetzt aber erstmal zu etwas erfreulicherem und zehn wirklich wichtigen Dingen im Leben. Wir kommen zum Sport mit Oliver Kahn. Die Situation ist so, wie sie ist. Darum wette ich bei der Nummer 1. Die Situation im Leben Die Situation im Leben Die Situation im 간단히